Badre ist jetzt seit circa drei Jahren bei Pumpkin mit dabei und du bist damals zu uns gekommen, am Anfang von deinem Bachelorstudium an der Uni Potsdam und hast es jetzt geschafft zu Praktika bei Trade Republic, bei Gorillas, bei Early Bird im Venture Capital und bei Stern Stewart. Du wirst dann jetzt im Sommer dein nächstes Private Equity Praktikum bei Waterland absolvieren und wir wollen heute einmal über die letzten drei Jahre mit dir sprechen. Das heißt, wir fangen am Anfang an mit deiner Ausgangssituation, wie die Lage war, als du zu uns gekommen bist, dann mit dem Start ins Coaching, mit den ersten Erfolgen, dann mit dem weiteren Fortschritt, dann natürlich auch die Bewerbungen bei den sehr anspruchsvollen Unternehmen und dann werden wir auch über Masterbewerbungen sprechen. Du machst gerade deinen Master an der Uni St. Gallen, wir werden über Stipendienbewerbungen sprechen, du bist Stipendiat in der Studienschriftung des Deutschen Volkes und am Ende werden wir einmal ein Fazit ziehen zu den letzten drei Jahren bei Pumpkin Badre. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier mit dabei bist. Danke dir für die Einladung, David. So, lass uns erstmal anfangen mit deiner Ausgangslage. So ein paar Punkte irgendwie, Abitur vielleicht, damalige Ziele, Entscheidung zur Uni Potsdam. Wie war die Ausgangslage? Wie waren vielleicht auch deine Ziele? Wie war deine eigene Perspektive, vielleicht auch dein Umfeld, bevor du damals zu Pumpkin gekommen bist? Ja, also ich glaube, ich bin zu Pumpkin gekommen 2020, also mittlerweile wirklich, wirklich lange her. Also ursprünglich komme ich aus Berlin, habe auch dort Abitur gemacht, durchschnittliches Abitur, nichts Besonderes, nicht super gut, nicht super schlecht. Und damals hatte ich ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung, was ich irgendwie nach dem Abi machen will. Deswegen habe ich tatsächlich, so ehrlich muss ich sein, dann BWL studiert. Mit der Idee, ja gut, damit kann man ja irgendwie viel machen. Aber was man genau machen kann, wusste ich noch nicht so genau. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich damals in Berlin bleiben will nach dem Abitur, in der Nähe von Berlin. Habe deswegen dann auch meinen Bachelor an der Uni Potsdam gemacht, wie du schon meintest. Und da habe ich die ersten beiden Semester schon so ein bisschen gestruggelt. Nicht wirklich, weil es irgendwie schwer war oder sonst irgendwas, sondern weil ich noch nicht so richtig die Motivation hatte, das überhaupt durchzuziehen, weil ich keine grobe Idee hatte, wo es mal hingehen sollte. Was ich damit später mache, ob das überhaupt Sinn macht. Ich wusste nur, mich interessiert halt das Thema an sich. Und so habe ich dann angefangen zu überlegen, okay, breche ich das Studium wirklich einfach ab in den ersten beiden Semestern, weil wenn ich da keinen Purpose sehe, dann wieso da unnötig Zeit verschwenden. Oder setze ich mich mal ran und schaue mal wirklich so, ey, weil an sich interessiert mich das. Ich würde das schon gerne zu Ende machen. Was könnte ich später für Berufswege einschlagen? Welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt? Und so bin ich tatsächlich dann auf euch gekommen. Okay, das heißt zum damaligen Zeitpunkt, die ersten ein, zwei Semester waren vorbei mit so mittelmäßigen, erfolglichen Noten waren jetzt nicht super schlecht, aber jetzt auch nicht super gut. Aber dir hat so ein bisschen der Pfad sozusagen gefehlt. Genau, genau. Okay, das heißt dann, wie bist du vielleicht initial auf uns aufmerksam geworden und was hat dich am Ende des Tages überzeugt, zu Pumpkin zu kommen? Also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, so ein YouTube-Video per Zufall schon vor Antritt meines Studiums auf YouTube gesehen. Also noch ganz am Anfang bei dir. Und da wusste ich schon mal, dass es euch überhaupt gibt, aber habe das dann nicht irgendwie weiterverfolgt. Ich glaube, das waren damals so Lerntipps, wie man durchs BWL-Studium kommt. Und dann irgendwann im zweiten Semester habe ich mal nochmal so den Namen bei YouTube gegoogelt und habe gesehen, okay, da sind noch ein paar mehr Videos dazugekommen und das ist jetzt irgendwie ein bisschen größer geworden und habe dann auch vom Programm erfahren. Und habe dann tatsächlich einfach gedacht, ich melde mich einfach mal für so einen ersten Call an, schedule das mal mit euch und tausche einfach mal ein paar Worte aus, was ihr genau macht, wo ich gerade stehe, weil ich, wie gesagt, ziemlich am strugglen war und mir dachte, okay, bevor ich das Studium jetzt abbreche, probiere ich einfach mal irgendwas aus. Und so bin ich so ein bisschen auf euch zugekommen. Und nach dem ersten Call war ich schon so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, genau, weil ich halt noch gar nicht so wirklich einen Plan hatte, ob ich das Studium überhaupt zu Ende machen will. Und deswegen war die Entscheidung, jetzt so ein Programm mit euch zu starten, nochmal schwieriger. Aber ich glaube, ihr habt euch dann auch wirklich die Zeit genommen und habt dann noch einen zweiten und einen dritten Call mal mit mir gemacht, wenn ich halt noch Fragen hatte und noch skeptisch war und habt mich dann nicht irgendwie so, ja, so einfach gesagt, ja, nee, dann halt nicht. Sondern wart irgendwie offen für meine Fragen. Und dann mit der Zeit hat sich irgendwie herausgestellt, okay, so die Berufsjobs, die es da so gibt, die sind super interessant für mich. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich Startups und Unternehmertum super spannend finde. Und da habe ich halt mit euch irgendwie erfahren, dass man auch den Weg mit euch ganz gut einschlagen kann, dass ihr da Unterstützung bieten könnt und dass ihr mir einfach nur zumindest den roten Faden geben könnt, wo lang es gehen soll. Und deswegen dachte ich mir dann, okay, so nach so zwei, drei, vier Wochen Überlegungszeit habe ich das Ganze dann auch gemacht. Hattest du am Anfang Unsicherheit? Also bezogen vielleicht auf, okay, ich war jetzt schon so ein bisschen am strugglen, was ist, wenn ich da dann das Coaching komme und das bringt mir nichts? Oder vielleicht bin ich auch gar nicht gut genug oder so? Vielleicht braucht man dann ein Züller-Abitur. War das bei dir so ein bisschen ein Thema? Also ich glaube, was das Akademische angeht, da hatte ich nicht so die Skepsis. Bei mir war es eher so, okay, was, wenn ich jetzt ins Programm gehe und dann kriege ich gar keine Praktika oder dann klappt das am Ende doch nicht bei mir. Aus welchen Gründen auch immer. Am Ende bin ich der, der im Bewerbungsgespräch irgendwie dann nicht so performt. Und dann dachte ich mir, okay, will ich das Risiko irgendwie eingehen, dass es mir am Ende nichts gebracht hat. Aber so mit dieser ersten Impression lag ich eigentlich falsch. Also ich glaube, die ersten Erfolge habe ich super schnell schon gemerkt und das auch auf der akademischen Seite. Obwohl ich dachte, ja, das Lernen kriege ich schon hin. Ich kann mich noch richtig erinnern, du warst richtig oft am Anfang in den Notenraßen. Ja, definitiv, ja. Weil ich mir dachte, okay, also als ich dann das Programm gemacht habe, dachte ich, okay, wenn, dann mache ich halt alles. Dann optimiere ich wirklich an allen Ecken und Kanten. Und das ist, glaube ich, so der größte Pluspunkt, dass er so ein Komplettpaket einfach anbietet. Also für Noten, für Praktika, für Motivation ist irgendwie alles dabei. Und wenn es mal irgendwo hakt, dann hat man immer einen Ansprechpartner. Und dann war ich auch überrascht, dass es bei den Noten irgendwie so einen großen Impact noch gegeben hat. Ja, dann lass uns mal so ein bisschen mit dem Start ins Coaching anfangen. Also wie verliefen so die ersten Wochen? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man irgendwie zu Pumpkin kommt? Was ist da so dabei? War das das, was du dir erwartet hattest, was du so ein bisschen von außen auch dir vorgestellt hattest? Als du irgendwie YouTube-Videos angeschaut hast, war es ganz anders? Wie verliefen so die ersten Wochen bei dir? Also das Onboarding, da hast du eigentlich immer einen Ansprechpartner gehabt damals. Also es gab halt ein kurzes Telefonat, so das ist das Programm, das ist der Discord-Server. Hier kommst du auf die Videos. So ist das irgendwie strukturiert, damit man einfach schon mal so durchnavigieren kann. Und dann ist tatsächlich viel halt auch wirklich Selbststudium, sage ich mal. Also du hast dann das Verzeichnis an Videos kategorisiert nach verschiedenen Themen. Also du hast dann Videos zum Thema Noten und Lernen. Wie du die richtigen Lernmethoden irgendwie anwendest. Dann hast du die Videos zu Bewerbungsgesprächen. Dann hast du aber nochmal einen Schritt zurück. Auch diese Einführung, welche Berufsbilder es eigentlich gibt. Damit du dich da so ein bisschen orientieren kannst und schon mal für dich entscheiden kannst. Okay, das ist vielleicht interessant. Dann kann ich da erstmal meinen Fokus setzen. Also du kriegst wirklich so ein Komplettpaket an Videos und kannst auch selber entscheiden, was dir gerade nützt und was nicht. Zum Beispiel habe ich erstmal direkt reingestartet mit dem Thema Praktika, weil ich unbedingt erstmal Berufserfahrung sammeln wollte, um eben zu schauen, ob mir das Ganze überhaupt Spaß macht langfristig. Deswegen kannst du dir eigentlich selber einteilen, was gerade für dich am nötigsten ist. Ja, okay. Und dann hast du es für dich jetzt vor allem zum Bezug auf das erste Praktikum genutzt. Vielleicht kannst du es zusammen abholen. Wie lief da der Prozess? Was waren irgendwie Punkte, die du irgendwie mit Pumpkin anders gemacht hast, als du sie vielleicht ohne uns gemacht hättest? Hätte dir irgendjemand gesagt, ey, mach da mal ein Praktikum. Also der erste Punkt sind die Bewerbungsmaterialien. Also ich weiß noch genau, in den ersten Calls meinte ich so, ja, also anschreiben und Lebenslauf ist bei mir eigentlich schon echt gut so. Das ist, glaube ich, nicht so das Thema. Und ich hatte da vorher schon so um die 10, 15 Bewerbungen rausgeschickt und nur Absagen bekommen. Und also beim Anschreiben vor allem habe ich da nochmal viel rausgeholt, weil mein Anschreiben einfach kacke war, muss man ehrlich so sagen. Dasselbe gilt für meinen Lebenslauf. Ich hatte da so eine Standardvorlage, die man irgendwo bei Google findet. Also so dieser Startpunkt hat schon mal direkt gepasst. Und man muss auch bedenken, ich war im zweiten Semester, 19 Jahre alt. Also da hat wirklich gar nichts gepasst. Ich meine, man findet auch irgendwie selber so die richtigen Vorlagen. Aber damals war ich wirklich an einem sehr lossten Punkt, was das angeht. Deswegen hat das schon sehr geholfen. Und dann habe ich die ersten Bewerbungen rausgeschickt. Wie ich schon meinte, ich wusste, ey, ich habe richtig Bock auf Startup. Ich will so ein bisschen in Berlin die Startup-Welt so ein bisschen erkunden, was es da so gibt. Ob mich das interessiert, weil ich gerne selber mal gründen möchte. Und habe dann tatsächlich erstmal viele Startups rausgeschickt, viele Startup-Bewerbungen rausgeschickt, die mich einfach interessieren. Und da hatte ich tatsächlich einfach, glaube ich, eine Kombination aus Glück und auch einfach Hilfe durch euch und einfach so intrinsische Motivation. Dass ich halt genau wusste, okay, welche Startups gibt es aktuell, was interessiert mich total. Und dadurch habe ich relativ schnell sogar dann die erste Praktikums-Zusage bekommen. Genau, das war dann damals bei Trade Republic. Da warst du im Business Development-Strategy-Bereich unterwegs, was natürlich super, super interessant ist. Bei einem Startup inzwischen grown up, kann man glaube ich sagen. Also eines der top in den letzten Jahrzehnten gegründeten Unternehmen in Deutschland. Damals 2020, also noch recht am Anfang mit dabei gewesen. Und hast dann dort quasi mitgeholfen, das Unternehmen aufzubauen, gewisse Geschäftsbereiche aufzubauen etc. Und hast dann für dich gemerkt, okay, das klingt cool, das klingt spannend, da will ich mich weiter drauf vertiefen. Genau. Und dann bist du aber nicht aus dem Coaching raus, sondern bist weiterhin erstmal bei uns dabei geblieben. Genau, ja. Wie ging es dann weiter? Ja, ich wollte dann unbedingt eigentlich das nächste Praktikum kriegen. Also ich habe wirklich dann so ziemlich all meine Semesterferien dann für Praktika genutzt. Aber vor allem, weil ich einfach richtig Bock auf das Thema hatte. Bei meinem ersten Praktikum war ich direkt angefixt und hatte total Bock auf die Startup-Welt. Hatte total Lust, das nächste Startup zu sehen, noch mehr Erfahrungen zu sammeln. Und vor allem noch mehr coole Leute irgendwie kennenzulernen in der Startup-Welt und dort so Connections zu bilden. Und habe dann deswegen eigentlich relativ schnell, nachdem ich mein Praktikum beendet habe, mich direkt herangesetzt und dann schon die nächsten Bewerbungen rausgeschickt. Und bin eben im Bereich Startup geblieben und habe dann da auch das zweite Praktikum dann gemacht. Waren vielleicht bezogen auf diese Bewerbungen irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, das hat sich über die Zeit auch gewandelt, nachdem man seine ersten Bewerbungen, also sag ich mal, in der ersten Bewerbungsphase hattest du deine Unterlagen erstellt irgendwie. Wo ist das grob, wie läuft Personal Fit ab? In der zweiten Bewerbungsphase, wie hast du da dann Pumpkin genutzt? Also falls man sich fragt, okay, ich benutze das einmal für ein Praktikum, aber auch häufig, ich meine, du bist seit über drei Jahren dabei. Häufig ist irgendwie so, die Leute bleiben dann ja auch länger bei uns dabei. Was war da für dich so der Grund? Wie hast du das dann länger genutzt? Also bei Startup-Interviews, so wie es bei mir halt am Anfang der Fall war, da hast du jetzt nicht wirklich die klassischen Consulting Cases oder sowas, wo ihr dann vor allem nochmal sehr viel Material habt. Aber was mir dann dort ab der zweiten Bewerbungsphase super viel geholfen hat, waren tatsächlich andere Teilnehmer bei euch im Programm. Weil dann fing es an, dass man so ein Excel-Case zugeschickt bekommen hat, das war bei mir der Fall. Und dann hatte man dafür 24 Stunden Zeit und wenn man das dann super schnell macht, dann war es mega hilfreich, einfach super viele Leute im Programm zu haben, denen man das zuschicken konnte. Und dann konnten die nochmal ein Auge drüber werfen, das irgendwie kurz challengen mit einem. Auch mal kurz irgendwie die Präsentation vom Case preppen. Also da haben sich super viele Leute einfach Zeit für eingenommen. Und genau dasselbe macht man dann auch für andere. Also es war immer so ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so auch bis heute eigentlich so der größte Mehrwert, den man eigentlich daraus ziehen kann. Ja, wenn man länger dabei ist. Das finde ich auch wirklich faszinierend, wie uns das gelungen ist. Weil normalerweise hast du im BWL ja schon so ein bisschen Ellenbogen. Also dass jetzt nicht jeder jedem auch alles gönnt. Sondern da wird dann eher hinterm Rücken gelästert und so weiter und so fort. Und irgendwie bei uns ist das so. Ich glaube, das ist natürlich auch eine Eigenschaft, wenn man sagt, okay, ich lasse mich irgendwo auch coachen. Das hört sich so an, wie wenn wir so Live-Coaching machen würden oder so. Aber irgendwie so ein bisschen von wegen, hey, man sagt, okay, ich will was Besseres aus mir rausholen. Ich will das Maximum aus mir rausholen. Und dass man so ein Mindset vielleicht auch initial mal mitbringen muss, um zu Pumpkin zu kommen. Und dann ist das halt irgendwie vielleicht auch so eine gewisse Rausfiltern von Leuten, die grundsätzlich auch offen sind, anderen Leuten zu helfen und sich gegenseitig Erfolge zu gönnen oder so. Okay, Thema Netzwerk ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt. Du hattest dann ja auch, ich weiß nicht, ein guter Kumpel von dir aus Potsdam. Ist er auch schon sehr lange bei Pumpkin mit dabei. Hattest du ihn reingebracht oder ist er zuerst drin gewesen? Oder habt ihr euch erst über Pumpkin kennengelernt? Nee, nee, wir kannten uns schon vorher. Also ich habe ihn nicht wirklich irgendwie rekrutiert oder reingebracht, aber er hatte selber so, er war halt an derselben Uni wie ich. Und hat sich selber dann dafür interessiert, als ich so mein erstes Praktikum gemacht habe. Und dann ist er eigentlich von alleine so reingekommen. Aber dann hat er natürlich mich nochmal gefragt, ey, macht das wirklich Sinn und so. Ja, also schon ganz lustig. Ja, also teilweise merkt man dann auch irgendwie, jemand ist auch dabei, von dem man noch gar nicht wusste, dass er irgendwie auch dabei ist oder sonst was. Okay, das heißt, dann hattest du, du hattest Trade Republic, du hattest Gorillas quasi dann auch zwei super, super starke Startups. Vor allem Gorillas war natürlich damals auch eine sehr, sehr spannende Zeit, wo du da gewesen warst. Und dann bist du, glaube ich, in unser Track-Programm gekommen. Weil du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt vielleicht auch nochmal irgendwie sehr starken VC kennenlernen, in Richtung Strategieberatung mich weiterbilden. Was war da so ein bisschen die Motivation? Und kannst du uns da auch einmal vielleicht umreißen, was ist dieser Track-Programm und was war da für dich so der Grund? Ja, genau. Also ich bin dann nochmal in ein anderes Programm gegangen, wie du schon meintest, das Track-Programm. Das ist dann einfach so für Leute, die schon ein bisschen weiter sind, die schon die ersten zwei, drei Praktika gemacht haben, die vielleicht schon am Ende vom Bachelor sind. Oder bei mir war das der Fall zwischen Bachelor und Master, also im Gap hier. Und jetzt einfach nochmal gezieltere Hilfe benötigen, würde ich mal sagen. Wo du nochmal in einer kleineren Gruppe bist und wo du nochmal mehr Materialien hast und einfach generell mehr Zugang zu mehr Netzwerk, neuer Ansprechpartner und alles ist nochmal ein bisschen fokussierter und detaillierter. Okay, das heißt, da bist du dann reingekommen und das Ergebnis waren dann im Gap hier quasi Praktika bei Early Bird im Venture Capital und bei Stern Stewart in der Top-Strategieberatung. Wie kann man sich das im Track-Programm vorstellen, also hast du da Cases geübt, hast du irgendwie die Calls mit Julian wahrgenommen, kannst du da vielleicht mal so ein bisschen erläutern für die, die da noch nicht, weil da übersprechen wir nicht so oft irgendwie. Genau, also das Track-Programm hat mir vor allem jetzt für das Consulting-Praktikum geholfen, muss ich sagen. Also nach den Start-Up-Praktika wollte ich halt vor allem die Investorenseite kennenlernen, das Interesse hatte ich schon von Anfang an eigentlich, um so ein bisschen das abzuschließen mit der Start-Up-Welt. Und habe da das Praktikum gemacht, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Aber nach so drei Praktika merkst du irgendwann auch, wo deine Schwächen sind. Und nach etlichen Feedback-Gesprächen mit Vorgesetzten und so wusste ich, okay, Beratung ist auf jeden Fall so ein guter Step, um diese Schwachstellen nochmal ein bisschen auszubauen. Und das war dann der Punkt, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, jetzt brauche ich wirklich nochmal mehr Prepping. Da war ich wieder an so einem Punkt, okay, jetzt schon drei Praktika gemacht, aber wieder an einem Punkt, wo man doch nicht so viel Ahnung hat. Und da hat mir das Track-Programm vor allem geholfen. Man hat dann mit Patrick die Calls, das sind dann tatsächlich so Case-Sessions. Das heißt, am Anfang bin ich erstmal reingegangen und gesagt, ey, also ich bin wirklich bei so Stand Zero noch nie ein Case-Interview so wirklich gehabt. Also zumindest nicht im Consulting-Umfeld. Ich habe aber jetzt irgendwie glücklicherweise schon ziemlich coole Beratungsinterviews anstehen. Und dann haben wir da wirklich von null angefangen, da uns ranzutasten. Man hat auch ein Case-Buch, damit man erstmal eine Sammlung an Cases zum Üben hat. Und hat vor allem nochmal neue Leute, die ungefähr auf demselben Stand sind, mit denen du dann auch nochmal abseits von den Calls mit Patrick preppen kannst. Und das war eine super Hilfe, ja. Okay, jetzt ist es ja so, sag ich mal, wenn man irgendwie ganz lost ist, da erstmal reinzukommen, sehr sinnvoll. Können wahrscheinlich auch viele Leute nachvollziehen. Wenn man allerdings dann erstmal so ein erstes gutes Gefühl dafür bekommen hat, wie laufen so Interviews ab irgendwie, wie läuft der Hase. Gibt es ja grundsätzlich schon die Möglichkeit, man kann irgendwie mit Kumpels üben, die man vielleicht mal in einem Praktikum kennengelernt hat. Du wirst ja Buddies gehabt haben bei der Trail Republic, Gorillas etc., die auch irgendwie bei großen Beratungen waren etc. Man könnte ja schon sagen, okay, man übt mit den Personen, zieht sich ein paar Cases so aus dem Internet irgendwie und spart sich das Geld. War das bei dir auch mal irgendwie die Überlegung? Oder warum hast du gesagt, komm, ich gehe da extra nochmal in so ein dezidiertes Programm, wo ich quasi eine klare Struktur habe, wo ich klare Calls habe, wo ich klare Inhalte habe, anstatt mich da so, sage ich mal, for free durchzuwurschteln sozusagen, wie natürlich viele Leute es auch vorhaben. Also ich muss sagen, am Anfang dachte ich mir, okay, also ich habe darüber nachgedacht, okay, macht es jetzt nochmal ein neues Programm zu geben, wo man natürlich nochmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss oder versuche ich irgendwie alleine mich da durchzuquälen. Aber weil ich halt gemerkt habe, okay, es hat ja schon funktioniert bei mir, wieso jetzt nicht einfach das nochmal machen, weil mir ist es halt, also wenn es einem wichtig ist und man weiß, okay, es hat jetzt schon vorher funktioniert, man kennt die Leute jetzt auch schon, man weiß, es ist halt ein super nice Umfeld, man hat einfach schon den Beweis, dass es irgendwie klappt. Deswegen war die Hürde nicht so hoch, dann nochmal das auszuprobieren. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich jetzt mit anderen Freunden einfach case, wenn zwei Leute keine Ahnung haben, dann kommt da auch nicht so viel bei raus. Und wenn ich da nach Cases google, klar, also die Case-Bücher, die findet man und das Material findet man, aber wie man jetzt irgendwie damit umgeht, da wird es, glaube ich, schwierig. Und das wollte ich einfach nicht riskieren bei den Einladungen, die ich eben hatte. Okay, das heißt, du wolltest einfach auf Nummer sicher gehen und wusstest, bei uns wird es halt klappen. Und wenn du es nicht mit uns machst, es kann klappen, aber es kann auch nicht klappen. Und dann ärgert man sich, wenn es dann nicht klappt, dass man sagt, ah, das eine Praktikangehalt für den einen Monat hätte ich mir vielleicht nicht fahren sollen. Okay, verstehe. Jetzt bist du an der Uni St. Gallen im Master, hast du dort ein Dreivierteljahr schon studiert und bist immer noch bei Pumpkin mit dabei. So, bist jetzt diesen Sommer im Private-Equity-Praktikum. Würdest du sagen, dass jetzt über diese Zeit hinweg bei dir sich vom Mindset her auch etwas geändert hat, wie du irgendwie so an deine Karriereplanung rangehst, wie du irgendwie an Ziele rangehst, im beruflichen Kontext im Vergleich zu irgendwie, ne, der Badre irgendwie vor drei, dreieinhalb Jahren, als er damals zu uns gekommen ist? Ja, also ich würde sagen, ich bin generell schon diszipliniert, würde ich von mir behaupten. Ich glaube einfach, dass es tatsächlich einfacher geworden ist, diese Disziplin so ein bisschen zu halten, weil es irgendwann so ein roter Faden ist, wie ich schon meinte. Also ihr gibt einem so einen roten Faden und man weiß eigentlich, in welche Richtung man hin muss. Man weiß, okay, man nutzt so ein bisschen die Semesterferien für noch ein Praktikum, noch ein Praktikum und hat auch irgendwie Spaß an den Praktika. Deswegen war das wie so ein rollender Stein irgendwann. Ein Punkt, den ich auf jeden Fall hatte, was aber, glaube ich, bei fast jedem so ist, so mal hat man so Ups und Downs und Ups und Downs, mal hat man irgendwie mehr Motivation, irgendwann hat man dann auch einfach keine Lust mehr auf das 100. Bewerbungsgespräch, das ist ja völlig normal. Und an dem Punkt war ich definitiv auch und hatte dann irgendwann, hat mir dann auch gedacht, so okay, jetzt vier Praktika, klar, macht es Sinn, jetzt noch ein fünftes zu machen, habe ich da jetzt Bock drauf, weiß ich nicht. Und da gewinnt man schon auf jeden Fall Motivation, wenn man noch andere so im Programm hat und andererseits nimmt es einem aber auch viel Druck, wenn man mit anderen spricht, weil dann heißt es, boah, ich habe jetzt eine Absage hier bekommen und dann hat man so Leute, Merkt man, dass auch bei anderen nicht alles perfekt läuft. Genau, dass bei anderen auch nicht alles perfekt läuft und vor allem ist dann auch immer mal einer dabei, der dann sagt, ey, okay, aber ist jetzt auch wirklich kein Weltuntergang, wenn du das so mal im Gesamtkontext betrachtest. Also es nimmt so ein bisschen den Druck weg, es gibt einem aber auch Motivation und es ist halt nicht immer einfach so gradlinig, ist immer so ein bisschen auf und ab, man hat mal mehr Motivation, mal weniger und es ist eigentlich ganz gut, wenn man so eine Konstante hat, wie das Programm halt. Okay, dann würde ich auf jeden Fall noch mit dir über Masterbewerbung und Stipendienbewerbung sprechen wollen. So, und noch über Thema Noten, das schreibe ich mir hier mal noch kurz auf. Oder dann lass uns vielleicht mal chronologisch beim Thema Noten nochmal anfangen. So, ne, also im Bachelor, ich weiß jetzt nicht, mit welchem Schnitt du damals zu uns gekommen bist, aber du hast es abgeschlossen mit einem sehr guten Einserschnitt und du hattest ja auch vorhin angesprochen, du hättest gar nicht gedacht, dass da so viel irgendwie notentechnisch geht. Also wie hat sich das gezeigt? Hast du einfach nur viel, viel mehr gelernt als davor? Hast du auch irgendwie besser gelernt, hast du strukturierter gelernt? Wie hat dir irgendwie das Coaching beim Thema Noten geholfen? Also wie gesagt, es hat mir vor allem am Anfang geholfen. Ich habe ja die ersten zwei Semester schon gehabt und da lief das wirklich so ab, ich bin zu jeder Vorlesung gegangen, ich bin zu jedem Tutorium gegangen und saß da dann den ganzen Tag in der Uni und wenn man dann nach Hause gekommen ist, dann hatte man eigentlich gar keine Lust mehr zu lernen und dann ist der Tag auch irgendwie schon vorbei und ich habe so ein bisschen gemerkt, dass man sich seinen Lernplan auch irgendwie selber strukturieren kann und jetzt nicht komplett, ja, sich dem Vorlesungsplan sozusagen orientieren muss und als ich dann im Programm eben war, habe ich dann wirklich sozusagen mir so einen Wochenplan gemacht, da habt ihr auch so Materialien zu, habe mir die Videos angeguckt, habe gemerkt, okay, so die eine Vorlesung, ob ich da sitze und einfach die Folien abliest oder ob ich das zu Hause einfach um neun mit einem frischen Kopf selber mir sozusagen aneigne, das spart halt super viel Zeit. Also ich würde sagen, ich habe nicht mehr gelernt, sondern einfach effizienter und meine Zeit einfach besser genutzt als vorher, weil vorher war es dann wirklich so, ich hatte dann die Vorlesungszeit, habe in der Vorlesungszeit aber nicht wirklich was gelernt, also ich habe es mir nicht eingeprägt für die Klausur, ich habe mich also sozusagen weniger auf die Klausur vorbereitet, sondern saß halt einfach in der Uni viel rum, während ich später dann aber mich gezielt eben auf Klausuren vorbereitet habe und das hat dann halt auch den, das hat den Schnitt dann auch deutlich verbessert. Um wie viel, also grob, was glaubst du, um wie viel hat sich dann ein Schnitt verbessert in der Zeit, wo du bei uns warst? Ich glaube, ich war bei euch mit einem 1,7, 1,6 Schnitt oder so und habe abgeschlossen mit 1,4. Okay, also nochmal, gut, das ist jetzt die Frage, wie man das Prozentual rechnen würde, aber schon in dem Verhältnis sehr gute Notenverbesserungen, weil natürlich auch schon einige ECTS bestanden wurden. Und was man nicht vergessen darf, du hast halt wirklich in jedem Semester für einen Praktiker gearbeitet. Das ist jetzt auch nicht so, dass wir gesagt haben, okay, wir konzentrieren uns jetzt nur auf die Uni, das heißt, da wird die ein oder andere 1,0 auf jeden Fall bei dir dabei gewesen sein in der Zeit. Okay, dann hast du quasi das Gap hier gemacht, im Gap hier warst du dann im Venture Capital, in der Strategieberatung, dann bist du jetzt zum Master an die Uni St. Gallen. Hast du da irgendwie, sei es Netzwerk, sei es irgendwie Inhalte vom Coaching für dich nutzen können? Sagst du, das war eigentlich recht easy, wie war das? Ja, Masterbewerbungen waren eigentlich relativ straightforward. Ich würde sagen, der größte Pluspunkt war so ein bisschen die Uni-Landschaft, welche Unis es überhaupt so gibt und vor allem Leute, die halt schon an der Uni studieren, weil man dann überhaupt mit denen sprechen kann, so wie gefällt dir die Uni eigentlich, so wie ist es so, wie ist das Masterprogramm? Und was hast du irgendwie bei deiner Bewerbung so bedacht? Hast du irgendwelche Tipps? Das hat super viel geholfen tatsächlich, ja. Okay, das heißt, dann konntest du mit Leuten sprechen, die schon in den unterschiedlichen Mac, Fin, Sim und so weiter und so fort, Masterprogrammen an der Uni St. Gallen waren und hast dann auch so ein bisschen für dich herausfinden können, was ist vielleicht auch ein interessantes Masterprogramm, wie ist es aufgebaut, etc. Okay, gut, dann lass uns mal über das Thema Stipendien sprechen. Ich hatte das gar nicht so ganz auf dem Schirm tatsächlich, dass du in der Studienschriftung drin bist. Wann war das denn und wie hast du das angegangen? Ja, tatsächlich erst vor kurzem, also so letztes Jahr im Oktober wurde ich aufgenommen in die Studienstiftung. Das Thema Stipendium, ich habe mich da erst nach dem Bachelor drum gekümmert, ehrlicherweise, weil ich im Bachelor einfach schon ein bisschen dann weiter war und dann habe ich mich eher auf die anderen Themen fokussiert, aber als ich dann meinen Bachelor abgeschlossen habe, gesehen habe ich, okay, ich habe einen guten Schnitt, wieso nicht einfach probieren? Dann habe ich mich in meinem Gap hier drauf beworben und hatte dann mein Auswahlseminar, als mein Master schon begonnen hat und habe das dann glücklicherweise bekommen. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Das heißt, auch für Stipendien, das ist nicht zu spät, wenn man irgendwie in der Mitte vom Bachelor denkt, ich bin noch weit entfernt von Stipendien, wenn man ein Master machen möchte, vor allem für Master ist es natürlich auch finanziell sehr interessant, wenn man Studiengebühren hat, wenn man ein Auslandssemester irgendwo machen möchte, wo es Studiengebühren hat, etc., da ist natürlich ein Stipendium ziemlich relevant. Hast du auch irgendwie mit dem Nuri irgendwie was wahrgenommen? Kannst du das vielleicht noch ein bisschen beschreiben? Ja, also das Auswahlseminar der Studienstiftung ist schon, also intense würde ich sagen, das war schon hart. Und genau, Nuri ist halt eine super Hilfe, der hat ja jede Woche die Stipendiums-Calls, da kannst du reingehen, Fragen stellen. Er hat viele schon durch die Auswahlseminare begleitet, weiß also genau, worauf es eigentlich ankommt. Ich meine, er war selber in der Studienstiftung oder hat zumindest Freunde, die da im Programm sind, weswegen man von ihm wirklich nochmal so Hands-on-Tipps bekommt, worauf die Jury am meisten achtet, worauf es eigentlich ankommt, weil es ist wirklich nicht so ein No-Brainer wie vielleicht andere Dinge. Ja, also ich würde mal sagen, Studienstiftung ist, also allgemein, die ganzen Stipendien sind sehr selektiv und wenn man da eingeladen wird, dann ist es genauso wie vorhin, wo du angesprochen hast bei den Strategieberatungen, wenn man da ein Interview hat, dann muss man alles dafür machen, dass man das bekommt. Weil das nimmt einem niemand mehr weg. Dann würde ich mal sagen, war das schon eine ziemlich coole Transformation, eine Transformation jetzt über die letzten drei, vier Jahre vom Studenten an der Uni Potsdam, der gar nicht so wusste, will ich das Studium abrechnen, will ich das nicht abrechnen, zu jetzt jemanden, Top-Startups, Top-VCs, Top-Strategieberatungs-Boutiquen, jetzt Private-Equity und so weiter und so fort, Top-Uni, Top-Stipendien, hat sich alles getan. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das, was du ganz am Anfang gemeint hattest, dass irgendwie bei uns, man von allem irgendwo Unterstützung bekommt, jetzt nicht nur irgendwie Interview-Prep für Strategieberatung, nicht nur irgendwie Notenoptimierung oder sonst was, sondern dieses Gesamtprofil ist halt das, was stimmen muss. Ja, definitiv. Super stark. Dann würde ich vielleicht anfangen, oder wäre ich schon beim letzten Punkt, beim Fazit. So ein paar Punkte würde ich gerne so ein bisschen von dir hören. Weil es natürlich was anderes ist, wenn du irgendwie aus deinen Erfahrungen berichtest, ich stelle irgendwie vor, wie das Coaching ist. Also das Coaching ist ja typischerweise so, wir haben ja diese ganzen Video-Inhalte, irgendwie Noten, Stipendien, Karriereplanung, Praktikumsbewerbung, Interview-Prep und, 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 wo quasi die jeweiligen Coaches die ganzen Videos gemacht haben, was jetzt irgendwie hunderte an Stunden an Videos sind. Und dann gibt es eigentlich fast jeden Tag oder teilweise mehrmals am Tag einen Call, einen Live-Call, wo du reinkommen kannst, Fragen stellen kannst. So, kannst du einmal beschreiben, wir haben über 1.000 Leute im Programm. Vielleicht auch, du hast jetzt viel mitgemacht. Sind da 1.000 Leute in diesen Calls? Kommen wir da überhaupt noch dran? Also man kommt auf jeden Fall noch dran. Also klar, es gibt viele Member im Programm. Aber wie das halt auch bei mir der Fall war, du hast halt eine Phase, da hast du dann deine Interviews, du hast dann auch mal eine Klausurenphase. Also es ist halt immer phasenweise und je nachdem, wo die Leute sich gerade befinden, ist mal mehr los und mal weniger los. Es gab bei mir auch so Phasen, wo ich das Programm gar nicht genutzt habe und im Urlaub war. Und da werde ich nicht im Urlaub in die Calls gehen. Also es ist wirklich so, jeder macht das für sich selber irgendwie aus, wann brauchst du es, wann brauchst du es nicht. Und das Programm ist halt immer da und du kannst immer reingehen in die Calls, wenn du es halt brauchst. Deswegen hatte ich eigentlich die Situation noch nie, dass ich da jetzt nicht rangekommen bin oder sowas. Vielleicht kommt es mal vor, dass ich mich später eingewählt habe und dann hatte ich halt ein bisschen Wartezeit, aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch gewesen. Okay, das heißt, du kannst auch aus seiner Erfahrung sagen, man kommt dran, man kann alle Fragen stellen in Ruhe, die man stellen möchte. Okay, sehr gut. Dann zweite Frage, ich meine, wir hatten jetzt recht häufig irgendwie Progress Stories, die man gesehen hat, mit eher jüngeren Personen, die irgendwie noch recht am Anfang stehen vom Studium. Und ich würde mal sagen, wenn man jetzt von außen drauf blickt, würde man vielleicht denken, okay, bei Pumpkin da ist niemand dabei, der irgendwie bei den Top-Beratungen, Top-IBS ist. Jetzt so aus seiner Perspektive, als jemand, der schon lange dabei ist, wie würdest du das einordnen irgendwie, auch das Netzwerk vielleicht von Personen auf deinem Level? Ja, ja. Also dadurch, dass ich halt schon so früh dabei war, habe ich tatsächlich auch nur Kontakt mit Leuten, die jetzt so alt sind wie ich oder so weit sind wie ich, sage ich mal in Anführungsstrichen, die jetzt auch irgendwie in der Mitte vom Master sind und so gut wie fertig sind. Und eigentlich haben die alle so eins gemeinsam, dass die halt schon wirklich echt gute Sachen für sich am Laufen haben und das schon echt, ja, gute Erfolge feiern konnten, was Praktika angeht, was Noten angeht, was Unis angeht. Also ich kenne da wirklich sehr, sehr viele, bei denen es sogar nochmal deutlich besser läuft als bei mir. Ja, ja. Ja gut, also ich würde mal sagen, bei dir läuft es auch schon sehr, sehr gut, aber da sind schon einige ziemliche Kaliber auf jeden Fall am Start. Wenn Personen irgendwie eine Frage irgendwie nochmal haben, irgendwie ganz spezifisch, kann man dir irgendwo eine Nachricht schreiben? Safe, ja. Also können wir gerne auf LinkedIn schreiben. Bin da immer erreichbar und versuche, so gut wie es geht, zu antworten und zu helfen. Perfekt. Dann gerne beim Baden melden. Vielleicht letzte Frage. Wenn du so irgendwie überlegst, was man vielleicht von außen jetzt nicht so über Pumpkin weiß, wenn man nur ein paar Videos anschaut, wenn man vielleicht auch meine Ralf-Loreen-Joke-Phase mitbekommen hat oder sonst was, was würdest du sagen, sind so ein paar Sachen, die du jetzt als langjähriger Pumpkin-Kunde irgendwie vielleicht den Leuten mit auf den Weg geben kannst, die man jetzt von außen vielleicht jetzt nicht so auf den allerersten Blick irgendwie auf dem Schirm hat. Vielleicht auch, keine Ahnung, als Elternteil. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Eltern mal das Video schauen oder sonst was, wo du irgendwie sagst, ey, ich bin hier lange dabei. Das und das würde ich euch vielleicht noch so zum Abschluss von der Progress-Story mit auf den Weg geben wollen. Boah, ich würde sagen, dass das wirklich, also ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass es wirklich sehr freundschaftlich einfach ist. Du hast wirklich coole Leute dabei. Die tragen nicht alle Ralf-Loreen und machen auch nicht den ganzen Tag Ralf-Loreen-Jokes. Also ich selber bin jetzt nicht der typische Ralf-Loreen-Träger, würde ich sagen. Und darum geht es da auch nicht hauptsächlich. Ich glaube, das ist eigentlich einfach nur so ein bisschen Rumgespaße. Der eine findet sich, der andere nicht. Aber worum es halt wirklich geht, ist, dass du da coole Leute hast, die so ein bisschen dieselben Ziele haben, ähnliche Ziele haben, die wirklich cool drauf sind, mit denen du auch abseits von Uni, Praktika oder sonst was befreundet sein kannst. Und hast du wirklich so eine Community, die dir gegenseitig hilft. Und dass das Programm einem hilft, das ist, glaube ich, eigentlich nicht mehr abzustreiten. Darin kann ich mich nur anstimmen. Das heißt, Badr, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier dabei gewesen zu sein. Das freut mich sehr, was aus dir geworden ist. Ich kann mich echt wirklich noch so richtig an diese ersten Calls immer erinnern, damals in deiner Wohnung in Berlin. Ich habe das noch richtig gut, richtig gut vor Augen. Ich meine, gut, die Live-Core-Aufzeitung gibt es ja noch. Das heißt, theoretisch könnte man das eines Tages mal sich zusammen nochmal angucken. Ich finde es echt stark, was aus dir geworden ist. Jetzt Master, notenmäßig bist du auch halbwegs gut unterwegs, nehme ich mal an. Genau, ich habe jetzt das erste Semester abgeschlossen. Bin ich super zufrieden mit. Bin jetzt im zweiten Semester. Ist auch tatsächlich schon mein letztes Semester an der HSG, bevor es dann ins Ausland geht. Wo gehst du hin? Nach Paris. Also habe ich auch nochmal Lust drauf. Wird, glaube ich, eine coole Zeit. und hoffentlich bleiben die Noten so. Genau, das heißt, wir werden auf jeden Fall Gas geben, dich da auch weiterhin zu unterstützen. Jetzt im Sommer erstmal Private Equity und dann schauen wir mal, wo es für dich hingeht. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wenn ihr auch sagt, hey, ich sehe mich irgendwo in der Story vom Bart Revier. Das heißt, ihr wollt ins Top-Startup-Bereich rein. Ihr wollt in Venture-Capital-Bereich rein. Ihr wollt zu Top-Beratung. Ihr wollt ins Private Equity. Ihr wollt Stipendien bekommen. Ihr wollt dann sehr gute Master-Uni. Ihr wollt eure Noten verbessern. Oder ihr wollt einfach am Anfang einfach mal mehr Struktur bekommen in eurem Studium. Ihr wisst noch nicht genau, was will ich machen. Aber ihr wisst, okay, ich bin bereit, auch Gas zu geben. Ich möchte irgendwas erreichen. Dann meldet euch sehr gerne mal bei uns. Einfach mal über die Webseite einen Termin ausmachen für so ein erstes Kennenlern-Gespräch. Wie gesagt, wenn es mal ein bisschen länger dauert, wenn es ein paar mehr Gespräche dauert. Ihr hört euch das in Ruhe an. Wenn ihr nicht überzeugt seid, dann macht ihr es nicht. Wenn ihr überzeugt seid, dann freuen wir uns natürlich, euch bei uns aufzunehmen. Und ja, der Barter ist damals vor über drei Jahren zu uns gekommen. Inzwischen würde ich mal sagen, ist das Programm noch deutlich stärker aufgebaut. Wir haben natürlich nochmals deutlich, deutlich mehr Leute, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben. Wir haben noch deutlich, deutlich mehr Erfahrung. Das heißt, wenn ihr genauso viel Gas gebt wie der Barter, dann kann ich euch sagen, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich sehr ähnliche oder vielleicht sogar noch krassere Erfolge erzielen. Von dem her, nehmt das gerne als Motivation. Vielen Dank nochmal, dass du deine Einblicke geteilt hast. Und wir freuen uns darauf, euch vielleicht auch eines Tages bei uns begrüßen zu dürfen. Das war es mit uns. Viele Grüße aus Frankfurt.